Okay, ich brauche den Hebel, damit ich den Mist hier betätigen kann. Aber hier komme ich gar nicht drauf. Gut, kein Wassermonster also. Richtig? Was ist hier? Ja, ich... Mach nicht so einen Lärm, bitte. Ich wollte schon sagen, Daniel, mach nicht so einen Lärm. Justine. Mach zu. Ähm, okay, gut. Dann gehen wir mal hier rein. Was gibt's hier? Hallo? Hallo? Is there anybody out there want to play with? Hey! Das brauche ich. Haha. Sonst noch? Irgendwas Wichtiges hier? Nee. Gut. Okay, raus hier. Raus hier. Raus hier. Oh, zumachen. Der Letzte macht die Türe zu. So. Easy going. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo bin ich hier? Mach das zu. Mach das zu. Mach das. Hier. Okay. Okay. Warum geht die Musik nicht weg? Ist gut, wenn ich hier in der Mitte stehe, wo die Folter-Methode ist. Hier. Ja, hier will ich hin. Muss ich hier lang? Wo komme ich denn jetzt? Warte. Hier habe ich zugemacht. Was ist hier? Okay. Hier ist... Sehr interessant ist hier. Ähm. Gut, gut, gut. Planschi, Planschi. Okay. Okay, hier ist wieder ein Hebel. Was ist? Kann ich den nicht betätigen? No. Halt. Nein, der steckt. Fest. Der bewegt sich nicht. Das bedeutet... War ich hier schon? Aha. Was ist das? Nichts. Und hier sind Werkzeuge. Gut, gut, gut. Okay. Das könnte ich im anderen Raum gebrauchen. Was, was? Was ist denn hier? Was? Was ist... Was ist... Na, hör auf. Niemand hat hier was getan. Niem... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. What is... What? 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 Okay. Und jetzt? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah! 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 Mama! Okay, mach auf. Oh mein Gott. 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 Hey, wie geht's? Ich hab keine Zeit, dich zum Resten. Es tut mir wirklich leid. Was ist das? Beweg dich. Beweg dich. Mein Gott, beweg dich. Du kannst dich nicht bewegen. Gut. 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 Kein Problem. Ähm, bewegt du dich. Okay, du kannst dich bewegen. Super. Hey, I'm sorry. I'm sorry. Oh Gott. Oh Gott. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wieder nicht gerettet. Oh Gott. Ich bin so egoistisch. Justine. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich nachsehen? Oh Gott. Ich kann's nicht öffnen. Es geht nicht mehr. Oh Gott. Wie soll ich mit der... Oh Gott. Damit müssen wir jetzt leben. Hopp, 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 hopp. Wieder nicht gerettet. Wahnsinn. Justine, der Obertoaster. Okay, I had a pretty good idea. What? Drogen hat man immer die besten Ideen. Und die beste Musik. Und die besten Bücher. Selbst sind Drogen auch nicht erlaubt. Weil sie gute Ideen hervorbringen. Oh Gott. Oh Gott. Äh, ja. Ist okay. Au, mach auf. Nein, drücken. Es ist immer drücken hier. Oh, wot, wot. Wot, 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 wot. Okay, ich hab noch immer meine Slides, wenigstens. Gut, was ist hier am Friedhof? Oder... Okay, Justin. Naja, einen hab ich durch Zufall gerettet. Und du bist... Okay, Justin hatte die schönste Frau auf der ganzen Welt. Ist das die Mutter von Justin? Okay, what is going on? I don't know. Ein bisschen dünn. Für meinen Geschmack hier. Viel zu dünn. Okay, ich kann nicht laufen, doch ich jetzt. Genau, dann ist auf der anderen Seite... Oh, oh mein Gott. Ist das mein Grab hier? Kann ich mich hier schon reinlegen? Gib mir den Wisch. Herbert! Ah, ich hab das Konsulat, ich kann benachrichtigt. Äh, wir sind in Algeria. Warum willst du nach Algeria, Herbert? Okay. Did I believe in I am? Baha. It all made sense, so. We all appreciate Symmetry. All right, you see his wife had died while giving birth to his son. Okay. Es wird immer schwieriger, um hier raus zu... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das war jetzt für nicht. Und hier ist ein Bild gemahlen von Justine, von 8 Jahren. Sick Justine, du bist krank. Gut gemacht. Du hast triumphiert. Du hast mein Kabinett gewonnen. Ich wünsche dir, wie du das getan hast, aber das ist eine Bildung. Du musst es selbst herausfinden. Hat jemand überlebt? Der Doktor? Der Priester? Oder vielleicht der Polizist? Wer war zu leben? Warum? Ich wusste nicht wie. Du musst wirklich reflektieren, auf diese Vergangenheit und überlegen, was sie für dich bedeutet. Was hast du gelernt über deine echte Natur. Mein Vater nie wusste mich. Er dachte, er hat es getan, aber dann war er Angst. Und nichts war immer wieder das gleiche. Ich kann ihn trotzdem sehen. Lied da auf dem Boden. Er war so sehr surprised. Die star-shapete Soapstone, die durch seinem Blut fiel auf dem Boden mit einem sonores Blut. Blame mich nicht, denn ich war nur ein Kind. Mit vorsichtigem Ambition. Ich durfte schreien. Rest in Peace, Papa. Okay, das ist krank. Ich habe aber kein Rätsel mehr. Okay, ich verstehe. Die Rätsel bestehen natürlich. Was will diese perfekte Sphäre bringen? Was? Wir müssen hurry, es ist nicht zu late. Es wird das Ende von alles sein. Okay, gut, gut. Stay alive. Stay alive, es wird das Ende von alles sein. Mhm. Suffer die... Suffer die Trial. Ich kann nichts mehr lesen. Alles bewegt sich. Through the gates. From beyond. It comes. Ja. Okay, gut, gut, gut. Hier? Oder wo? Wer hat denn Zeit, das Ganze hier aufzuschreiben? Wem ist hier so langweilig? Und... Es wird wieder sein. Es wird wieder sein? Okay, kein Problem. Oh, Vater. Oh, Vater. Oh, Vater. Oh, Vater. Alles von Justine hier, hm? Okay, das ist das Gleiche. Okay. Bin ich jetzt im Kreis gegangen? Ähm... Excuse me! Where do I have to go? I don't know. I'm still running. Okay, gut. Ich bin hier nicht mehr raus. Ich hatte viel Zeit zum Schreiben. Ach, hab ich das mit meinem eigenen Blut geschrieben? Ähm... Ich bin wieder hier. In meinem Revier. Okay, ich ging geradeaus, oder? Dann geh ich jetzt hier. Nee, komm ich auch her. Oh mein Gott, ich komm hier nicht mehr raus. Das sind noch einmal 23 Parts. Bis zum Schluss. Mindestens. Vielleicht sogar mir. 25. Ganz sicher. I am... emerging. Entertain me, my darling. Hello, my darling. Hello, my darling. Oh! Jetzt mal in weiß. Okay. Stay alive. I'm alive. Alright. To an end. Now that you have seen what you truly are. You are able to go on and face eternity. Without faith. Without doubt. Oh mein Gott! Hey! Die hängt nicht drum... Bitte aus der... Okay. Alles klar. Ein Typ mit eingebauten. Wie heißt das Teil? Grammophon? Meine Güte. Okay. Muss ich was tun? Oder werde ich einfach sterben? Hier, ich brekundiere das. Hier rein, rein! Oh Gott! Sch... Okay. Ich verstehe. Ich... Alright. Äh... Jux. Jux. Ich muss was drücken, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lass mich... Ich bin so jung, um zu sterben. Justine... Ich bin so schön, um zu sterben. Ich... Stopp, stopp! Okay, gut. Jux. Neh... Dix... Dix... Du bist der beste Weg... So elaborant... ... ... ... Es ist nur... zu viel. Enough of this. Get up, Justine. Gott sei Dank. Du hast gesagt, Justine, open the door. Was? Wen habe ich gerettet? Einen habe ich gerettet. Es ist bereits geschlossen. Aber du kannst nie zu sicher sein. Da steht doch, ich soll open machen. Oh mein Gott. Du kannst nicht open. Ich bin doch nicht... Naja, doch bin ich. Okay, und jetzt? Wieso? Mach auf. Justine, mach dir doch nicht in deinen... Slip. Soll du deinen Slip an? Ich sehe es nicht. Nein. Du bist da, da? Ist alles gut? Natürlich, Clarisse. Ich bin ziemlich gut. Ist alles bereit für heute Abend? Ja. Ich sehe es, die Goose ist bereit für jeden Moment jetzt. Die Geist sollte in der Stunde kommen kommen. Clarisse, ich weiß, dass es ein busy Tag ist, aber sicherlich schraubt diese Lettung für mich, okay? Natürlich, Mademoiselle Justine. Es ist urgent, ist es? Nicht wirklich. Es ist schon Jahre lang. Ich habe nur gedacht, dass sie wissen, dass ich noch alive bin. Oh, Gott. Okay. Was? Wäre jetzt interessant zu wissen, wenn ich jetzt alle retten würde, gäbe es ein anderes Ende? Wahrscheinlich. Oder nicht? Tja, dazu müsste ich wissen, wie. Okay, das andere ist wahrscheinlich nur eine Folge der Zeit mit dem Wasser und dem Monster. Draufzukommen ist okay. Der zweite mit dem Arzt. Ne, plötzlich. Mit dem Pfaffen. Verstehe ich nicht, wieso das funktioniert. Und das erste, das kann nur mit den Kisten hochstapeln. Will ich es noch einmal probieren? Im Moment nicht. Aber wir hoffen, dass das Studio bald einen würdigen Nachfolger für Amnesia The Dark Diesel rausbringt. Genug Geld haben sie ja. Dank dem positiven Verkauf oder Verkäufen aus Steam heraus. 250.000 Einheiten verkauft. Ja, mittlerweile schon mehr. Die meisten waren aus dem Steam Sale. Sonst wäre das Studio pleite gegangen. Also es ist wichtig, dass ihr Spiele kauft. Und diese Indie Games auch unterstützt. Naja. Okay, macht's gut. Bis zu einem zukünftigen. Well done, but far from perfect. Oh, nobody's perfect. Tschüss.